ok geht am besten mal oben das Leuchtfeuer entzünden so vivieren mach das Ding mal an mach die Dinger weg gut Hammer schlimm ist wir brauchen ja immer noch ein Lager ne schleiervoll im Fallbruch der Blick auf diese unleserlichen Rune ruft starke Gefühle von Verbitterung und gleichzeitig Arroganz hervor sie verklingen langsam wieder drüben hält man das Lager ich hätte meine Riss erstmal zum Lager also müssen wir nach da gehen eine Todeswurzel haben wir gefunden eine Todeswurzel haben wir gefunden da hinten brennt es aber ich gehe erstmal hier rein nehmen wir das mal mit so wollt ihr ein Lager aufschlagen? ja es ist praktisch da geologische Studien des Fallbruchs gegenstand herstellen mehrere Zwerge Scholar und der Universität von Ley haben um Erzbogen aus Fallbruch gebeten Belohnung eine Macht wir mussten gerne rasten das ist genau die Art von kämpfen die ich liebe wirklich damals in Sahara habe ich jeden Tag darauf gewartet einen Dolch in den Rücken zu bekommen arbeitet diese Bürgerin vielleicht insgeheim für die Vince oder ist sie nur verängstigt weil sie zwischen uns und ihnen in der Falle setzt wir tragen die Bösen ja praktisch Schilder das macht es so viel einfacher ja es erleichtert die Sache da muss ich euch recht geben es gibt Neuigkeiten Sir setzt mich ins Bild helfen wir zu erkranktes Gewebe das ist alles neu oder? hallo meisterhaftes geprägtes Großschwert Plan Amulett der zweiten Luft er gewinnt ja eine geringe Aussage nachdem er einen Gegner bezogen hat Ring des Flammenopfers alles nehmen ähm 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 was hat der zwei trennung betreffung wer weg hier muss ich mal kurz schauen bei vivian flammopfer hat sie ganz anlegen energiesperrfeuer das ist ein grün oder was halt flammopfer meine blitzfeuer verkehrtes was ist was wie wir das flammopfer das wird eingeschlagen und das schon wieder was ist das das war diese komischen fischer haben wir die stärke zwei stärke das legen wir uns mal an wir können stärker gebrauchen so was ist mit euch halt verkehrter knopf sind wir nach vorne sehe ich mit oder sehe ich das gerade fisch so 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 Oh, okay, verder. das ist ein bisschen scheiße mit blut lotus käme gebrauchen müssen wir jetzt hin hier drüben ist ein riss halt blut lotus nicht mehr in den kontrasten obwohl wir rastet er rostet nach mehr wölfen ja das wissen wir wollen schätzen zu dem riss blaues vitro das sind fünf plündern noch ein schildplan tut es gut, sehr schön hier, warte, warte, hier haben wir noch ein bisschen gewebe ok 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 wir müssen ein bisschen von wasser jetzt noch vielleicht bleiben da haben wir es beanspruchen so was haben wir hier phoenix schuppen interessant knackhaut himmelsbeobachtung also unser was das denn ihr seid also an drastes herald mein volk will euch tot sehen aber das ist nicht mein problem ihr habt nichts von mir zu befürchten warum seid ihr nicht bei den anderen aber ich untersuche diese löcher in der welt so etwas habe ich noch nie gesehen sie spucken wütende geister aus ohne unterlass keine ahnung was der himmel uns damit sagen will sie werden von der bresche am himmel verursacht schuld ist irgendein fehlgeschlagener zauber das weiß ich auch ich spreche von der herrin der himmel kennt ihr sie nicht seht ihr die warnungen nicht die sie in gestalt von vogelschwärmen in den himmel schreibt lächerlicher aberglaube lächerlich sind die kleider die ihr in einem sumpf tragt orlesianerin ich dachte die awa wollen mit mir kämpfen der sohn unseres häuptlings will mit euch kämpfen ich werde erst berufen wenn die leichen sich stapeln rituale für die götter flickwerk für die blutenden ein dolch für die sterbenden das sind meine aufgaben ich ziehe meine klinge nicht für die trophäenjagd eines dummen jungen die anderen awa haben eine patrouille der inquisition entführt sind die männer wohl auf einige wurden bei dem scharmützel verletzt waren aber am leben als ich sie zuletzt sah jemand hat sie gut ausgebildet sie haben mehr von uns getötet als ich erwartet hatte als dann lebt wohl hütet euch vor dem wasser ja schon so ein awa so groß wie ein kunari sind glaublich den riss muss man jetzt schließen du stehst den weg ja du bist du bist du bist du du Kann man jetzt nochmal mit denen quatschen? Herr in der Himmel, ihr könnt Risse in der Luft verschließen? Ziemlich gut. Was? Vielleicht steht ihr wirklich in der Gottes, deines Gottes? Das ist der erste Erwartung, der wir sehen, hä? Den Kane-Spiel haben wir noch eben gesehen. Da hört einer rum. Die nehmen wir mit. Hoppala. So. Wollen wir die quatschen? Ja. Nichts. Als dann. Lebt wohl. Hütet euch vor dem Wasser. Wissen wir. Das wollte ich, ne? Jawohl, vielen kann die ja wieder überleben. Da haben wir die komischen Viecher. Boah, stinkt das? Diese Leute hatten nicht die geringste Chance. Was? Das ist beinahe. Was haben wir bekommen? Waffen. Stab. Deutsch. Burken. Helm. Mächtiger. Zwei Condi. Das ist was für uns. So. Heiserne Bulle. Sechs Schaden. Drei Angriff. Kriegst du. Wollen wir mal. Ich muss mal kurz gucken, wie das aussieht. Spiel. Äh. Gewalt. Tasten. Tasten. Grafik. Benutzeroberfläche. Übernehmen. Gruselig. Geht's bei denen überhaupt noch? No-Sheet? Achja. Ha. Das ist. Unglaublich hässlich. Hässlich. Sechs Schaden. Unravit. Bei ihr geht's wenigstens der Huelb-Irafic. Ok, dann wird es aus. Wenn es so hässlich ist. Bei unserer Oberfläche. Aus. Ja. Zurück. Und wir gehen weiter. Ach. Leck mich da am Arsch. Guck mal. Hier. Hier bin ich. Guck. Patsch. Patsch. Hast du die? Faddle noch? Wohl. Die kickt hier auch so an. Muss mich nur ein bisschen bereit halten. Ich bin ein bisschen aufhängig. Geht's. Ich bin ein bisschen aufhängig. Ich bin ein bisschen aufhängig. Der ist dann. verpönt oder was verhöhnt schon wieder ist ein renner Kannst du dir ein Video beleben? Ah, plus d'lotus! Wir sollten dann mal kurz zurückgehen, denke ich. Schade, dass die ihren Hut nicht aufbehält. Schlagen, das Reich versinkt im Krieg und die göttliche ist tot. Nur ein Schwachkopf würde das als Glück bezeichnen. Diese speziellen Schleierfeuerungen sind vollkommen undurchdringlich, aber wenn man sie ansieht, rufen sie vor dem geistigen Auge das Bild einer Pflanze hervor und den Eindruck, dass sie irgendwie wichtig ist, dann verblasst das Bild wieder. Okay, wir müssen nochmal kurz ans... Kann man die Falle irgendwie die Facke fallen lassen? So. Was ist das? Riss. Hier unten hat man dann noch eins. Wir holen erstmal, oder? Boah, dreig. Verdammt. Ich dachte, das hat funktioniert. Genau, hol den mal ran. Das ist kacke, das ist ne... Wo war denn jetzt das Lacko? Dort, ne? Ja, hier, ne. Verkehrte Richtung. Wir müssen noch eh Leichtfeuer einzünden. Und da ist der. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Ja, das wissen die ja. Ich will bloß rasten. Dann nehmen wir das nächste. Ja, wir machen erstmal den Riss, denke ich. Oh Gott sei Dank, standen wir dort, ne? Ja, gibt es ja auch irgendwie eine andere Möglichkeit anstatt durch das zu rasten. Gut. Den ehen Riss. Markiere ich mal schnell. Der ist dort hinten. Ah, das ist aber nur rein. Schön, dass es da alles angezeigt wird. So. Zack. Komm, der ist ja weg. Kodex ist freigeschaltet, Dämon der Verzweiflung. A3 ist klar. Oh verdammt, muss ja nur die Verzweiflungstypen besiegen. Warte mal, Pause, Pause, wie ging das jetzt hier? So, kommst du nicht, ach schon da. Magi-Ban, vielleicht funktioniert es ja. Ja. So, wird einer wählen schon. Ist meine? Ich muss kurz was gucken. Ne. Ach, Vivienne. Brauchen den Buller. Wo ist denn da? Ja. Okay. Come up with Slick. Ja, schön, dass es die Uhr noch wieder gibt, die Wiedergänger. Ah, komm schon. Der ist fast... Wie, jetzt Bulle schon wieder aufgefallen? Einmal weniger. Oh Gott sei Dank, das haben wir geschafft. Hitzeschild. Widergängerherz. Alles klar. Was soll man hier beanspruchen? Der Bau, der Gestank von Nassenfeld ist so stark, dass er die schweren Gerüchte fast überlagert. Fast. Okay, wartet mal. Nee. Du ne. Aber die... Ja. Was macht das? Man hat weniger Ausdauer und versucht zu erhöhen Schaden gegen Ziele. Macht Gegner, die von der zweiten Welle getroffen werden jetzt bewegungsfähig. Aus dem Toschereinschlag entstand ein Riss. Aus dem Toschereinschlag entstand ein Riss beacht. Brechende Flammen für die jeden Gegner schaden. Der überquert. Das klingt doch mal gut. Kara... Na, das bin ich. Vivienne. Okay, die ist immer... Machen wir mehr hier und mal drauf. Magie bei Freischaltung. Wenn du ein Fahrrad hast, wird die Hälfte einer tatsächlichen Barrieren verbraucht. Mhm. Bringe dich in eine Umgebung, die wirken verlangsamkeit. Wenn du wirkst, wird es eine Regenerationszeit. Magie, Willenskraft. Das klingt eigentlich gut. Ach ne, wir haben ja Varric vergessen. Uhhh, genau. Du schlagst einen leichten Greifhaken auf ein Ziel und ziehst dich damit einen Sprung heran. Wurfmaß eigentlich ohne. Betting ein größeres Gebiet und fügt einen Gähl. Ein Sekunder, Blutungsschaden. Fest gehalten. Okay. Blutungsschaden ist gut. Okay. Und ich sehe gerade. ich mach wieder 5 Minuten Überlänge ich sag wieder tschö mit Ö